Bei Laura Maria Rüpper und Pietro Lombardi scheint momentan der Wurm drin zu sein. Nachdem sich die Indizien um eine Trennung verdichtet haben, erleidet die Freundin des Sängers eine schlaflosen Nacht. Der Kopf ist voller Gedanken und unausgesprochenen Gefühlen. Wer kennt diese Momente nicht, die einen nachts wachhalten? Davon kann Laura Maria Rüpper wohl gerade ein trauriges Lied singen. Denn sie scheint einfach nicht zur Ruhe zu kommen. Was ist im Hause Lombardi Rüpper bloß los? Trennung bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rüpper Auf der Social Media Plattform Instagram öffnet sich Laura Maria Rüpper ihren Followern. Sie berichtet von einer schlaflosen Nacht, Leanor bekommt unten zwei Zähne. Ich bin jetzt wach geworden und kann nicht mehr einschlafen. Dazu postet sie ein Bild, wie sie die Hand ihres kleinen Sohnes hält. Danach postet die Freundin von Pietro Lombardi ein Video davon, wie sie mit dem Sprössling der Familie in der Nacht kuschelt und ihn an sich schmiegt. Ein zuckersüßer Moment, auch wenn er der Mama sicher auch Nerven gekostet hat. Ausrufe Zeichen. Doch wo steckt eigentlich Papa Pietro Lombardi? Von dem fehlt jede Spur. Auf seinem Instagram-Kanal herrscht in der Story gähnende Leere und auch auf dem Profil von Laura Maria Rüpper taucht der Sänger nicht mehr auf. Bereits vor wenigen Tagen fiel einer Followern auf, dass sich das Paar gegenseitig nicht mehr auf Social Media zeigt und der Musiker auch die Beiträge seiner Liebsten nicht mehr liked. Steckt hinter der schlaflosen Nacht von Laura Maria also mehr, als nur ein zahneendes Kind? Das lässt die Influencerin zumindest weiterhin offen. Am Morgen zeigte sie lediglich in ihrer Instagram-Story ihre Shopping-Ausbeute des Vortages. Erneut keine Spur von Pietro Lombardi. Irgendwie verdächtig.